Liebe Zuschauer, die Rahmenbedingungen hier, die sind ideal. Der Platz in einem perfekten Zustand. Das Wetter, das spielt mal so richtig mit. Angenehme Temperaturen, blauer Himmel, die Sonne scheint. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Spieler aus. Die wirken gerade übermütig und voller Energie. Beste Aussichten also, wir freuen uns. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht für Spiele wie dieses. Die Partie hat schon begonnen. Und raus, nach rechts. Und da kommt der Ball rein. Ganz wichtige Aktion war das. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Die Abwehr steht. Er hat den Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Weg damit. Es gibt Freistoß für den FC Schalke 04. Ab auf die linke Seite. Mehr Platz kannst du dir wünschen. Was macht der da raus? Ja, Tor für den FC Schalke 04. Das war schon fast zu einfach. Das war ja hart an der Grenze zum Blackout. Wie kann das denn sein, dass ein gegnerischer Angreifer so frei vor den Kasten zum Abschluss kommt? Neuer Spielstand, 1 zu 0. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Und der Ball ist ganz lange gespielt. Das Highlight dieser Partie war bis jetzt das Eigentor. 1 zu 0 der Spielstand. Gefährlich! Schon läuft der Gegenangriff. Der FC Schalke 04 liegt hier in Führung und defensiv haben sie auch noch gar nichts zugelassen. Ja, und man sieht deutlich, die wissen, gleich kommt der Halbzeitpfiff und wenn es irgend geht, dann gehen wir mit einem Vorsprung vom Platz. Und raus, nach rechts. Und da kommt der Ball rein. Ganz wichtige Aktion war das. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Die Abwehr steht. Er hatte Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Weg damit! Es gibt Freistoß für den FC Schalke 04. Ab auf die linke Seite. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht der da raus? Das war ja hart an der Grenze zum Blackout. Und wie kann das denn sein, dass ein gegnerischer Angreifer so frei vor dem Kasten zum Abschluss kommt? Neuer Spielstand, 1 zu 0. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Hürgota. 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 Das Highlight dieser Partie war bis jetzt das Eigentor. 1 zu 0 der Spielstand. Hürgota. Gefährlich. Hürgota. 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 vom platz er findet im gott top ist oben und der ball ganz lang gespielt junis das highlight dieser partie war bis jetzt das eigentor 1 zu 0 der spielstand gefährlich schon läuft der gegenangriff der fc schalke 04 liegt hier in führung und defensiv haben sie auch noch gar nichts zugelassen ja und man sieht deutlich die wissen gleich kommt der halbzeitpfiff und wenn es irgend geht dann gehen wir mit einem vorsprung vom platz klasse durch gesteckt da ist die chance da ist ihm ein seelenswerter treffer also über den unterhaltungswert dürfen wir uns an diesem tag wirklich nicht beklagen das ist der ausgleich alles wieder offen ballverarbeitung und abschluss eine fließende bewegung das ist jetzt gleich wieder auf geht's in die kabine auf geht's geht's geht's